... ... ... ... ... ... mit er hat einen Rundfunk und ich bin bloß aber kommt ja ein Ding neben alles wird anders und im Jahr der eine mit langem der freist mich auch dabei wie jetzt nicht im Schaub ja weißt du was soll ich sagen Ja, nix. Ja, nix. So, jetzt Alessio kann ich reden. Alessio? Alessio, du bist so leise. Lass mal... Alessio? 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 Soll ich... Soll ich dir sagen, wo ich dir den Bannerscan hab? Woher? Ein Mädchen hat sie mir geschenkt. Alles klar. Ich so... Ich so... Ey, kannst du mir bitte Ding schenken? Den Bannerscan? Sie so, ja, nach der Runde. Ich so... A.K.A. Belästigung? Und plötzlich so... Sie so, wie heißt du auf Fortnite? Ich so, Black Shadow Killer. Plötzlich krieg ich so ein Geschenk von ihr. Und plötzlich öffne ich so und dann Bannerscan. O.M.G. O.M.G. Wie steckst du das direkt meiner Freunde? A.S.D. Was? Nein! A.D.E.S. 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 Leut, jetzt hör mal leise. Das, was Alessio gerade erzählt hat, gibt halt Null Sinn. ich weiß dir oder warum sein nein man muss ja erst drei tage befreundet dann ja mit der war schon seit diesen sieben gefragt nach dem namen gefragt weil sie behindert ist er hat gefragt so schon nicht irgendwie so black irgendwas keine ahnung und nicht so welches blick schädel und dann hat sie mir das geht ja okay das muss ja auch mal du bekommst keine wibach sind aber zwei sonst hättest du jetzt den skin nicht ich schau auf nono und die mädchen hat mir geschenkt ja ich glaub dir junger hör auf auf nono wegen was zu schweren wo ich geglaubt wait a minute wait a minute da kommt dann wer tut grad schluchtelmusik hören alles so wie immer alles so fast der schluchtelmusik zu hat nicht alles klauen hallo akbar hallo akbar oh shit ja der musik schluchte ja hier alle guck mal den skin wo ich grad zock den hab ich mir nur kaufen können weil ich mir warte knie ich mal hin wir reiten geschwind auf der reihe wie ihr ollie auf dem fettelkirchen warte ich will euch was zeigen guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal warte alles hier guck hier ähm warte 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 hier ist also hier ist schon mal der erste und wo ist der zweite wo ich brauch wie heißt der überhaupt noch mal wie heißt der mode von diesem hier guck wenn es passt voll zusammen eine super machen und dann die musik akk benutzen oder stunden machen wir mal vor ach warte noch mal wo mich heute geschwindet die denken sich auch so ja bleib so bleibt so bleibt so bleibt so sie wird mit drei an alle ausländer genommen wir haben von mädchen jetzt komm ich so das passt halt mega es sind alle drei mädchen irgendwie ja Wir sind Mädchensquot. Es hat sich doch gelohnt, das zu holen. Es hat sich die Welt zu holen. Hast du es gelohnt, gell? Bei euch. Schau noch den uralten Ding. Ja, der ist ja jetzt nicht mehr OG. Weil ihn ja jetzt jeder hat, wo wir... Modus hat. Alles so hier für dich. Wirft ihr grad stinkt nicht? Ja. Wer auch immer so dumm ist und stinkt nicht wirft, äh. Ja, da brauchst du gar nicht fragen, wer es ist. Alles so. Er fängt mit M an und hört mit... Missgeburt. Oh ja, das ist recht. Er fängt mit M an, du das sag ich mal. Mal zum Fest für ihn. Peter. Wer denkt... Nein. Ach ja, richtig. Er fängt mit M an. Und danach kommt ein A. Dann... Er... Marm... Ja, Marm... Es ist... Ja, Digga, warum nicht pedo? Ja, pedo könnte auch sein. Keine Ahnung, wer ist das? Oder war? Pedo... 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 Ah! Ne, ja, stimmt. Leute, ich will nichts sagen, aber please dance mal! BITTE! 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 Ich hab Boogiegranate! Gib mal Boogiegranate! Gib mal Boogiegranate! Ich hab schon... 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 Ich hab grad ein Unmötig verschwenden... Marle, eh... Ah, nicht so... Seid mir ehrlich! Es sieht's geil aus, weil guck mal das Schild hat so grau und die Haare sind grau von dem Skin. Ja, Spaß ja... Nein! Ja, ja... Zum Glück bestimmt ja auch! Hey Digga, habt ihr nicht Stein gefarmt oder äh... Oh! Wie würden wir noch gehen? Jetzt wird schütt der Gewalt weg! Ah, es kommt noch fertig da! Nee, geh weg von mir! Oh, hier ist ne Christ, ja? Ich hab die besten Waffen... Sexy Lady! Oh... So... So... So jetzt... Oh, leider feier! Ich bin im Plus! Bam 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 Bam... Ich geh zu der anderen rein! War klar, dass hier keiner will... Warte, 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 bleib mir stehen! Warte, warte, warte! Warte, warte! Nix noch nicht! Geh zurück! Geh zurück! Rechts, 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 rechts! Hä? Muss Mal überhaupt? Ach so, er ist Roboter! Deswegen... Hä? Man sieht... Hey, ich seh mal... Ach so, doch! Jetzt! Bei ne Map! Oh, ihr seid beide... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich schieb doch nicht, ja? Äh, nein! Wir haben nur den Weg weg gemacht, damit du... Damit ihr bauen könnt! Ach so, wie geil! Ach so, проекi, mein internationales Amp... Warte, ich fahr um Steine! Hüh, komm'm rein! Affall mal Steine! Machst du alles! Ja, ich war jetzt da obenrum! Ja, da obenrum. Ich bin unter der Erde! Nein. Geh mal zu diesem fetten Ding, wo ich's dir markiert habe. Hey Martin, musst du auch noch einsteigen? nein jetzt macht ihr alles kaputt bringt zwar nur 6 sein aber trotzdem nun es gibt ein Pehne von Stein ja ich hab den tief ein warte holen weil die Softpacks warte ich geh kurz auf nix, nix mehr noch nix jetzt geh raus, geh raus jetzt macht wieder stein kaputt hey ich bin auch mal reinsteigen warum alles so du bist zu laut ey Marley wieso nimmst du mich einfach keine Tarnung weil ich find die viel zu bunt als Roboter die normale Roboter Tarnung sieht sogar geil aus warte dürfen wir kurz tauschen ich will mal Tarnung aufsetzen spring ja nach vorn spring hoch und nach vorne ja und jetzt raus raus okay es bringt spring hoch und nach vorne und dann gehe raus und dann gehe ich als erstes jetzt raus ich weiß jetzt gehen wir wieder rein ich bin halt ja die Faden alte die sieht mega geil aus auf Roboter ich weiß deswegen aber gg da wird die bunte Tarnung von dem Marley das sieht nicht so geil aus auf Roboter sie sieht irgendwie viel zu bunt aus als Roboter ja gut gemacht wird sie angelockt wir haben Raketen wir sterben hier unten weil wir nicht gut gewachsen haben ich und alles ich hab schon ein bisschen ich hab schon ein bisschen ich hab schon ein bisschen was ist trotzdem also ich hab nicht die besten machen ich hab gute aber nicht die besten halt schafft ihr nein der Roboter explodiert ja Marley was hat alter Marley springt im medkit wenn du über ja ja da drin liegt da drin liegt meddich meddich ja die hat gar keine Chance wenn zwei Leute mit Combat raus schießen ja Junge mohammed mohammed alles hier hau ab du bist tot es sind vier leute mit kombat du bist tot ein sturm ist auch noch da ja du bist tot eindeutig und die zune ist weiter ja guck du hast keine chance außer du nimmst ja aber der eine wird ansonsten verrecken ne 18 apel warte wie viele apel bitte nächstes level ja dann bekommst du es sei das gibt viel pp mit euch auch wenn ich gerade noch 400 ja mann ja die auf die anderen ein wiese gibt so wenig kapitel nur noch 20 leute stelle lebens doch für gut so gut nur den nächsten ich schiefgarten pistole rum maler redner ja noch baby ja jetzt endlich ich darf ganz zeit einfach unterstrich ein jahr ja könnte sein ja weil ich habe nicht gefragt ob er zeit hätte das heißt die sohle das heißt die sohle heißt die sohle heißt ja und was ist jetzt mit dem ja ich frage also ob er zeit hätte er sagt ja die gehen baden dann sag ich so ja okay dann ruf halt später zurück wenn die brühe ich bin im blus egal wenn jetzt meine 200 v-box weg sind das ist alles sollten die weg sein weil er wahrscheinlich geschenkt hat jetzt ist doch wieder so ein scheiß Ein 10.000 Euro Check reicht für eine Nacht. Was willst du? Leute, wisst ihr, warum ich den Modus geil finde? Man könnte sich ja vorstellen, dass der Asteroid die Lava produziert. Wusstest du nicht mal? Dass der Asteroid die Lava produziert. Ich glaub, du bist dumm. Wie soll denn da... Verdammte Asteroid... Nein! Nein, junge Toten, das gibt eh keinen Sinn. Alter, sei ehrlich. Wieso schwebt der da ganze Zeit? Lass Meteorit. Lass Meteorit Asteroid. Ja, weil die Zeit, die es gestoppt wurde... Ja, trotzdem ergibt Fortnite keinen Sinn. Wie sollte die Zeit stehen bleiben? Es ergibt nie ergibt Sinn. So eine Sache mit stehenbleibend Fight. Ja, geil, ne? Ich lief, ganz ehrlich. Ich bin noch bei dir! Ne, Bruder, ne, ganz ehrlich. Gut, na? Das war's immer wieder komplett für mich. Digga, alles... Alter, was ist das? Ja, moin. Er kommt jeden Schuss, oder? Ja. Er ist tot. Er ist tot. Ihr meint, das einfach vom Asteroid zu fallen? Die ist hier denn jetzt da einfach nur liegen. Ja, ich komm, ich komm. Ich komm und finish für dich. Ja, ich hab jetzt wenigstens ein bisschen mehr Müll. Dir hat deine meine Karte wenigstens geholt? Hä, hier gibt's keine Karten. Ja, Digga, dann kann ich grad liegen. Ja, dann kann ich grad liegen. Nee, chill. Merk's dir einfach. Ja, muss das sein, Alter. Ich bin geliebt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich tue noch XP holen, David. Ja, egal. Abschaut. Es ist mir nötig, dass man einfach nie... Ist doch egal, keine Ahnung. Es kann ja sein, dass wir den ewigen holen. Muss nicht sein, aber es kann sein. Lass am besten nächstes mal irgendwie Loni oder so gehen. Farmen und dann SkyBest bauen. Ne, SkyBest bringt nicht zu viel. Ja, aber trotzdem. Die Lava kommt ja hoch. Ja, andere Leute könnte ich unterschießen. Ja, äh, trotzdem. Also von mir aus könnt ihr verrecken. Seid ihr jetzt geliebt oder nicht? Ja, ich bin geliebt. Das hast du mal wieder komplett. Es geht ja um solche Leute. Ja, ich hab wenigstens drei Kills, also... Ja, Bruder, der Typ hat, äh, diesen Drift Max fast. Junge. Ich glaub. Das jetzt wird Kässe tun, Miguel. Ja, wenn du sagst, ist das komplett. Ja, weil wir alle jetzt tot waren und ich halt 20 AP hatte. Ja, genau. Oh, weil... Lass aber irgendwie Loni gehen. SkyBest, sollen wir irgendwo sicher landen ohne Gegner? Wie sollen wir es machen? Ja, am besten Farm und dann SkyBest. Ja, aber man kann, wenn man runterfällt es mir ja instant tot. Außer wenn man irgendwie... Ne, man ist instant tot. Der, aber niemand achtet nach... Niemand guckt nach oben. Äh, weil... Weil die selber... Muchen müssen. Ja, okay, da müssen wir aber richtig heftig nach oben bauen. Füge Gegnern von unten Schaden zu. Dann bekommst du 1000 EP. Bei Beast. Bei Beast. Ja. Ja, okay, lass machen. Äh... Alter, warum? Wie solltet ihr zu fahren? Ne, 1. Weil ich euch rasieren werde. Ne, ich mach nicht mit. Ne, ich mach nicht mit. Ne, ich mach nicht mit, ich hab keinen Bock rasiert zu werden. Ja, ist schon. Ja, ist schon. Wir wissen alle, dass du besser bist. Es reicht ja schon. Hä, what the fuck? Hä? Alles klar. Das ist einfach normal, Team. Ja. Das ist richtig scheiße, dass sie es jetzt auf einmal einfach so gemacht haben, dass es einfach du es ist. Wenn die Pulli häusern und boll ich bin und so. Ich hab den Skin auch, der eisige rote Ritterin. Dann wähl ihn doch aus. Warum? Ich will jetzt grad die schwarze Hild facken. Ja, Digga, Nigga. Burn Punch. Aha. Ha. 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 Hallo. Ha. Ha, Koch, Mann Scho. 사ftigewidreista. Sie hat den Kuh adoptiert. Irrenfrau. Ja, Dickers, feier ich nicht! Ja, wo ist er, nachdem? Jo, Mädel, Jo, Mädel, breit im Geschwind! Ich hab den Roboter! Ja, ich hab einen so in der Luft gelasert, der hat 2 HP und noch, ach, hast du den Roboter? Warte, ich komm hoch rein! Ja, alles, Jo, ich komm grad auch! Spring hoch, spring hoch, spring, spring weg! Da kommt welche! Ah, okay, dann hau ich lieber mal ab! Wo bist du? Ja, ich hole deine Karte, wenn sie weg sind, okay, alles, ja! Ja, ich hab zwei Leute, komm her, komm her, auf, Konto! Ja, ich bin hoch! Jetzt töte ihn und dann hau ab, bitte! Dankeschön! Wo ist der? Wo ist der? Ich spring einfach ganz hoch! Nein, die hauen ab, okay, ich will die Karte! Spring hoch! Ähm, ich schweif dich, weil... Scheiße! Au, der macht mir Schaden! Schaden! Hat 50er-Hate! Wo ist der von mal hin? Ah, es hält hier runter, oder? Nee! Nee! Ich spring einfach runter, oder? Ich spring einfach hoch! Ich spring einfach hoch! Also, es ist auf einmal noch ein Roboter! Nach vorn! Na, geht nicht, das ist zu hoch! Ah, Lama! Lauf einfach nach vorne! Lauf einfach nach vorne! Dein! Lama! Loll! Kleine Funke! Ich hab das Lama nett geöffnet! Ich hab mich direkt getötet! Oh, hier ist der da oben auf'n Dach! Okay, da sind drei Kisten! Alles hier! Da ist er! Unge, der Typ ist so OP, Junge! Da! Warte noch nicht! Von hier oben können wir gut lasern! Ich hab's wenig für dich! Na, 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 na! Der ist doch... Hä? Genau, der schaut Spider-Man an! Warte, warte, warte! Und? Ich hör die Musik! Wo machst du? Da ist er doch, wo er baut, guck! Der schaut Spider-Man an! Oh! Er... 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 Da! Hab ihn! Noch ein... Da sind alle! Da sind alle! Da sind alle! Da sind alle wieder komplett für dich. Oh frick. Ich lass noch die Waffe auf. Oh frick, oh frick, oh frick, oh frick. Nein! Nein! Oh shit! Das ist der Pump! Ich hab zwei HP. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Danke. Danke. Ich hab für dich. Das jetzt. Ich revive dich und dann stirbst du wieder. Das war's dann mal wieder komplett. Hast du MP-Moon? Hast du MP-Moon oder eine Waffe oder so? Äh, IP-Moon, IP-Moon. Ja, hier. Ja. Hast du, äh, ein Bandy? Nee. Ist auf jeder Seite. Ja. Mann! Ich bin tot. Ah, Alter. Jotiga, Jotiga. Wann hab ich bitte schön von unten Schaden gemacht? Keine Ahnung. 200! Keine Ahnung. Was, wie viel? 234 alles, ja? Wann in den ich hab mit Roboter, wo wir oben waren und drauf geschossen. Achso, ja, 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 genau, genau, genau. Jotiga, Jotiga, Jotiga. Lass wieder den Roboter holen. Ja, ich steuere wieder, oder? Weil ich bin schon eigentlich gut, halt entfahren, also starb. Ja, du steuerst, ich mach Kills machen, ich brauch Kills. Ja. Mhm. Mhm. Wird gerade fragen, so, wer ist kreativ und dann, ähm, sich scheiße machen mit dem Roboter. Ne, gibt's nicht mehr. Leider. Leider gibt's den noch nicht. Elektrolaune. Ich wollte nur in Kreativ. In Spielwiese nicht. In Kreativ gibt's den auch nicht. Doch, in Spielwiese gibt's ihn. Ja, in Spielwiese gibt's den, aber in Kreativ nicht. In Kreativ gibt's den, aber in Spielwiese nicht. Man kann ihn nicht hinverziehen. Nein, im Platzieren meinte ich ja nicht. Ich meinte, es braucht... Normal, wenn man den verhinderten Back macht, wo du machst. Oder nicht? Oh Gott. Man geht einfach normal auf die Map. What the fuck, was laberst du jetzt? Jotiga, Jotiga. Ja, aber was bringt es? Also, was sollen wir machen? Lieber jetzt einen rechten Rundenroboter mit dir? Ich hab jetzt gerade, ich hab doch gerade gesagt, lass scheiße machen mit dem Roboter. Ja, was bringt es? Nochmal. Nichts. Ja oder nein, würde auch einfach reichen. Ja, nein, halt. Oder? Ja, nein. Weil lieber... Ja, nein. Ja, eben. Ja, ich weiß es ja nicht, ob was du willst. Ich hab jetzt noch rumgemotze. Ja, was du alles zum, die halt wollen. Keine Ahnung. Ich will's nicht. Aber was die halt wollen, von Ahnung. Oder? Die Mehrheit halt. Ich will nicht. Keine Ahnung. Lass mal wieder zum Roboter. Okay, wir gehen. Roboter. Okay. Ich bring direkt. Ich glaub, der landet direkt in Pleasant. Ja, geil. Da landen eh sich vieler. Ich weiß, ich lass explodieren. Okay, mal gucken. Mal gucken, wenn wir jetzt Lack haben. Oh, das tut so viele unter uns. Ja, wir haben keinen Lack. Hättiger, ich gern verfreuen, lass explodieren. Nee. Nee, der eine ist weiter unten. Ja, wenn sie Lack... Ja eben, unter mir, aber sonst bin ich der zweitunterste. Ja, guck mal, äh... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Zu viele. Ja? Ja? Hört man die Musik? Hört man mal ne geile Musik, oder? Das ist ne geile Musik. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Er hat... Er hat... Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Er bekommt halt direkt ne Combat, ne? Er hat schon ein Spell hin, halt, Alter. Ja, genau! Sie gibt es schon als Roboter! Mach deine Musik aus, alles so, bitte. Die ist hässlich. Die kann nicht hässlich sein. Nur grässlich. Die ist etwas davon hören. Danke, Miguel. Jaaa... Wahrscheinlich, Junge. Da kann man auch... Wenn man selbst einen hat, ist es schon geil. Da kann man, ey... Ohne Meck kann man da einfach nichts machen. Man kann so oder so nichts machen. Ja, stimmt auch, wie du hast gesehen. Ich bin direkt gestorben, obwohl ich verleben hatte. Und der ist auf mich drauf gesprungen, hä? Jaaa... Bruder, so schwul. Okay, jetzt gibt's noch... Jetzt brauch ich nur noch 100 gechatsst. 150. Von oben schon. Alles so macht es aus. Wieso hast du überhaupt Musik lernt? Das ist schon ein bisschen unnötig. Geh ganz... Es muss Action gibt. Weil wenn wir Lack haben, tun wir alle killen. Und es tun mit... Felix Peos Runde. Wenn wir Lack haben. Jaaa... Wenn wir alle drei... Wenn wir alle vier eine Waffe haben... Dann haben wir schon Lack. Dann haben wir schon Lack. Okay, gell. Stell dir vor, der Skin, wie du grad zockst, kommt ein neuer Style. Irgendwie weiß ich, ich mein. Stell dir mal vor, das wär dein Schwanz. Ja, Mama. Komm... Also komm auf Susi live. Du kennst das auch? Schwanz? Ja. Und erlebe sehr viel Spaß mit mir. Ja, ich will ja nichts sagen. Aber meine Mutter hat Susi und deswegen find ich ein bisschen verstörend. Achso. Äh... Ja... Ja. Ja. Ähm, Miguel? Ja? Ja. Ähm... Willst du eigentlich noch ähm... Godzilla anschauen? Schon, ja. Okay. Hast du's schon angeguckt? Hast du's schon? Ja, weil ich find's ein richtig geiler Film. Ich kann ihn noch mal anschauen. Ey... Wecken gezinnert ist es so ein Film, wo man immer wieder anschauen kann. Ist es halt wirklich so? Ja, ich hab ihn so als erstes angeschaut, dann hab ich den angeschaut mit Dylan. Und ich kann ihn eigentlich noch ein paar mal angeschauen. Nein, der ist schon... Ich hab ihn noch nicht angeguckt. Also keine Spoiler, please. Ja, ja. Please, Spoiler. Also Gott sei Dank, der stirbt nicht. Haha, alles klar. Wenn's will, da... Oh Jungen, guck mal, beste Kondi. Auto... Ich hab grad einfach gar nicht mal bemerkt, wo ich lande. Auf einmal bin ich... Oh, oh, oh. Alter, da wird mein Lack. Wir haben so Lack. Nein, einer ist mit drin und Lack... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ja, nice. Hi, ich finde ich ihn. Danke. Und, äh, can you hold me? Ja, ja, hold me. Hab keine Mets. Wo seid ihr gelandet, Boys? Oh, oh, ich höre Schritte, ich bin tot. Egal. Doch. Nein. Nein. Na, Junge, ich hätte ihn so geholt wie... Oh, ich bin Bock. Oh. Wo landen? Oh, ich bin... Letzze ist ihr. Erstmal. Erstmal. Warum seid ihr in Ludlake? Wir haben sich dauernd macht. Keine Ahnung, ich bin einfach direkt... Kommt ihr da noch hin? Wenn ihr das... Drifting, wenn ihr da... Also ihr seid tot. Also ihr seid tot. Alles hier ist sowieso viel zu lost. Alles hier holt ihn mit Anzeige nicht. Ey, die Eile Tipp ist halt nicht. Guck, ich sag doch alles hier holt ihn nicht. Alter, ihr habt keine zwei Seiten. Aber ich hab'n Kill. Ich hab'n Kill. Ich hab'n Kill. Ich nicht, weil ich gestorben bin. Das ist alles, was... ...wichtig ist. Ich hab'n Kill. 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 Oh, shit. Nichts? Halt! Ich bin f vul her. Ich bin fat, ich hab Speck an meinem Dauch und es trifft nach Schweiß, weil ich stinke. Bitte hör auf. Was? Was heißt hör auf? Kenn ich nicht. Hör auf heißt Stop it. Stop it, get some lit. Lass zwei Roboter. Mal gucken, wo Roboter ist. Ja, wahrscheinlich. Wo landet der? Lass den da probieren. Ich geh Megamall. Mach ein Megamall. Ich hab die Pulli, ich bin im Plus. Ja, okay Megamall. Ich find's geil, dass bei Megamall uns nie und... Ja, spring jetzt raus, wo gehst du hin, du Hund? Du bist auch so ein richtig fetter Anti-Mate, ganz ehrlich. Fetter sogar noch. Bruder, wir sagen so, Megamall, da gibt's heute. Was ist das, Junge? Was ist das, Junge? Fortnite ist das. Eine Krankheit hat der gesagt. Ja, Bruder, wahrscheinlich geistig. Ich hab die Krankheit auf jeden Fall nicht. Ich lass da, wo die anderen landen. Mehrheit landet. Alles, wo hat die Anti-Mate-Krankheit, Junge. Oh, ne Combat. Oh, wenig Leben. Und Gegner bei mir. Oh, ich hab nur Pistolen. Oh, ich hab richtig geilen Mut. Ja, wagt ihr nach. Nice happen. Geht, geht, geht. Ja, ist gut. Ja, warum gehst du auf Salty? Du bist selber schuld. Wenn die Blüte ist halt auch kacke. Hä, Megamall ist... Ja, such dir jetzt noch ausreden. Ich denk mir so, ja, okay, das Megamall. Obwohl ich Megamall jedes Mal am Anfang gestorben bin. Also ich lebe noch. Ich lebe auch nicht. Bei mir sind zwei Gegner. Ich bin bei dir. Ähm, Miguel, ich... Ich gönne mir kurz vor dir. Ich geh halt nix wegen alles in seiner Karte. Ich hab so geile Waffen. AK, Schrotflinte, die blaue Schnellschutz. Ich hab ne Kornfeld, ich hab ne SMG, Silence. Wer will drommeln dann? Ich, 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 ich. Ich hab keine MP. Guck mal, ich hab keine MP. Hat sein Teammate schon geholt. Und SMIPE, und SMIPE. Ich hab auch schon einen geholt. Ich geh mit David. Ich geh auch mit David. Weil sonst wärmer. Böse Davids verfolgen. Ich liebste nicht. Äh, Solo und du. Oh, süß! Oh, süß! Oh, süß! Ich hab nie Poli aus dem Bereich. Please, David! Ja, ab einen! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Fuck! Ich bin tot! David! Oben, oben! Einer nur noch! Einer nur noch! Ah, der ist nicht Kokain. Der heißt Kokain. Nee, das ist ein 2. Das ist ein 2. Ja, Bruder, Sand. Ich hab gar keine Metz. Warte, ich hole mich irre. Es hinter dir. Er verfalls dich. Wieso hat einer sich nach ner fucking Droge benannt? Der hat sich nach Kokain benannt, alter. Kokain. Alter, wie wenig Api! Achte! Kokain! Aber ich hab nen Kill! Ich hab noch einen. Ja, Kokain heißt Kokain. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ich hab den D-X-E-Z-J-L gekillt. Ich hab ihm keine Ahnung, wen gekillt ist. Gekillt. Du hast ihn richtig gekillt. Du hast ihn richtig gekillt. Ja! Sag! Juhuui! Juhu! Juhu! Ähh, Mädels! Juhu! Juhu! Ich hab grad so nen richtig fetten Back. Juhu! Guck ich hab Luxkin drin. aber die haare von bringer bella schauen raus alles klar bei mir ist es normal wenn die poli ich schicke dir mal ein bild welcher hat gespalt hat ich hab die bald irgendwann mal ja alles ist es war ironie falls ihr weiß was ironie bedeutet ja das ist nicht ernst warum sagst du dann nur weil du sie nicht hast wie nur weil es muss auch egal ich hab das gesagt ich hab das gemacht ach so ich dachte du sagst 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 ich findest du sagst 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 wenn man das gegensäfen wie findet du die hake jetzt ernster also wie findet dir die hake ernst die einfach stand 55 Naja, geht's. Ist zwar nicht die Besser, aber kann man schon spielen. Naja, die wird halt 5. Spezialisten, ja. Du hast halt einfach 3 Schwänze. Ja, ich hab bald, ja ich hab in 50, 60 Tagen schwarzen Ritter. Alles klar, ich hab in 20, 25 Tagen, nee, 30, 40, weil ich bin ja in Malaga zwischendrin. Ich nehm aber eh mal eine Blase. Ich nehm aber eh mal eine Blase. Ich nehm eh mal eine Blase. Ich nehm eh mal eine Blase. Ich nehm meine Basin nicht in Urlaub mit. Jemand hat mich grad angerufen und der da wird direkt aufgelegt. Wahrscheinlich so, wahrscheinlich so deine Freundin, die wollte dir in Blasen. Er ist keine. Was? Ich hab keine, ich hatte eine. Single forever. Du hattest einer. Ja, ich hatte eine, die hat mit mir Schluss gemacht. Danach, nach zwei Tagen, war ich mit der Freundin von ihr zusammen. Jj. Jj. Ja, und die hat mit mir Schluss gemacht, Jj. Und jetzt bin ich mit der Freundin von ihr zusammen. Wie heißt die? Leonie. Alles klar, vor allem holst du so nen Scheißname. Jj. Jj von deinem Namen und dann Leonie. Ne, die heißt, das ist ihr Spitzname, die heißt irgendwie... Oh, you get a call, Leonie. Die heißt irgendwie so richtig hässlich. Why are you bullying? Why are you bullying? Why are you bullying? Why are you bullying? Why are you fucking lying? David, ich weiß, welche Freundin du hattest. Puss auf, fuck it. Welche? Deine Mutter? Smile. Alessio, du gehst jetzt mit, Solty. Wenn du woanders rauspringst. Wenn du woanders rauspringst. Welche Freundin du hattest? Die Luft? Digga. Wenn du woanders rauspringst. Deine Mutter? Wie ist die? Wie ist die? Was meine Mutter? Was deine Mutter? Ne, wir so deine richtig geile sexy Mutter. Ach so, ja, die arabische. Nein, deine. Ah, die arabische. Also bist du araber? Ja. Also ich hab einer. Wer landet hier? Wir landen überall. Ah, ihr seid so viele Leute. Ich hau ab. Jaaaa, der Zellixi-Skin. Wir sind tot. Oder ich bleib ein bisschen außerhalb von Solty. Weil ich keine verdammte Waffe habe. Oh oh. Ich brauch Hilfe. Ich hab keine Waffe. Eine nicht, ja. Äh, ich kann deine Karte holen. Ja. Ja, ich hab keine Waffe. Ja, danke. Ich hab da auch keinen. Das war's ja mal wieder komplett. Wow. Wenn du meine Karte holst, bist du Ehrenmann. Und dann hau ich noch das dir ab. Nein, dann nimmst du noch meine. Weil die daneben ist. Ach so, ist deine daneben? Ja, du siehst die doch da. Bei der Tankstelle. Tankstelle. Falls ich überhaupt überlebe, was ich sehr hoffe. Bau dich hoch. Hier ist keine Waffe. Hier wurde genug. Ach so. Bei mir wurde die... Egal. Egal, du schaffst alles nicht. Das ist im Haus. Geh weg. Ja, okay, probier's. Probier's einfach. Er wird's verrecken. Er wird verrecken. Egal, er wird eh verrecken. Also lieber probieren, anstatt jetzt einfach... Ja, das ist auch Anti-Mates. Was? Wenn man geht ohne probiert, zu holen die Karte. Ist so. Ist genauso Anti-Mates. Ja, aber dann bist du tot. Ihr musst schnell aufschlohen. Ist sie oben oder unten? Ist sie denn? Ja eben, dort ist jemand. Hallo? Hört ihr mich? Ja. Ich kann sie nicht wollen. Ja, dann geh, geh, geh. Geh. Wir sagen einfach, wir konnten alles nicht holen. Ist ja auch so. Der Maid schickt ja da. Der Team... Ja, ich gönne mir jetzt fünf Zentner Schocks auf einmal, Jung. Ich bin so lieb. Oh, Frick. Ja, der hat dich gesehen. Wäre ich einfach direkt gegangen. Wäre ich einfach direkt gegangen. Wäre ich einfach direkt gegangen. Nein, nein, der ist auch in deine Richtung gegangen, der ist auch in deine Richtung. Ich hab ihn... Ich hab ihn... Ey, Digga, ich bin mir jetzt fünf Zentner Schocks auf einmal. Falls ich verrecke an Aids... Äh... Dann bin ich glücklich, dein Account zu. Du kriegst nicht meinen Account. Der ist zu wertvoll. Den verkauf ich dann. Ja, wenn du tot bist. Ja? Ja. Der heißt Dark Carmo. Da ist es Carmo. Warte, es könnte Carmo sein. Btw Hango. Und Dark Carmo. Digga, wenn das Carmo ist... Dann nehme ich... Dann nehme ich jetzt sechs Zentner Schocks. Drei, 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 drei. Ja, wir sagen einfach, dass wir die Fahrt kommen. Oh, fuck. Oh. 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 You're gonna rock me, if I have a nut. David, bist du tot? Oh. David, bist du tot? Oh. Hey! Englisch! Englisch ist so eine missgestellte Tod Fress doch Muso Oh scheiße, Spaß Junge Fass wirklich What do you want? He hee ha ha You are so a shit cop You are so big fat Manchmal Spanns Hey, gibt's in dieser Season wieder Ähm Wieder eine Woche 8 Skin eigentlich Mhm Wie heißt der? Also wie heißt der? Das gab's ja in Sie Der heißt, der Hauptkonto ist ein Wichser Alter, ich bin season Ich bin Woche 8 Skin, Alter, bin ich heftig Und du bist season Season 2020 Skin, erste Stufe Eh Bruder, ich bin season No skin, eh Regen Regen Oh Bruder Ah ja, komm der wieder zurück Also bitte schon an der Klerpon Ey Leute, was würd ich dir sagen, weil Weil, also Miguel weiß es ja schon davon, weil Dylan muss mir ja noch 20 Euro schulden, gell? Also mein Bruder. Ja. Weil ich einen Skin auf seinem Account gekauft habe und ich hatte davor noch nicht den Flyfighter-Account. Und denkt ihr, er sollte mir die 20 Euro geben? Ja. Ist so, ja. Ja, eben. Das sage ich halt auch die ganze Zeit. Aber wirklich, Dylan. Er sagt halt auch so. Ja, eben. Er sagt, ja, aber du hast doch eh 25 Euro Paysafe und was weiß ich, Alter. Das regt mich voll auf. Hast du gerade Reebok? Also ich kann es ja nicht einlösen, aber er muss mir halt trotzdem 20 Euro geben. Wieso kannst du dann Bruder einlösen? Was? Wieso kannst du er einlösen? Nein, also Rote Ritterin habe ich halt damit gekauft. Ja, ich weiß, aber warum konnte er die Darkbomberin holen? Ähm, weil er direkt von der Kreditkarte von meiner Mutter genommen hat. Ah ja. Er hat das nämlich, das Geld meiner Mutter gegeben. Weil er hat, hier hat. Er ist haram. Haram. Er hat sich gestern Rette die Welt gekauft. Meine Mutter wusste mir halt nicht mal was davon. Nur weil es gerade 20 Euro war. Ja. Wieder von der Kreditkarte. Meine Mutter wusste halt nichts davon. Naja, das ist ja auch scheiße. Ich hab so gesagt, ähm, weißt du, dass Dylan 20 Euro ausgegeben hat? Mein Dylan ist halt richtig ausgerastet, ne? Hey, Digga, Karma. Ja, eben, jetzt mal ehrlich. Man nimmt nicht einfach Geld von Mutter oder allgemein von Geld von anderen. Ja, eben. Er hat halt gesagt, dass er ihr das Geld geben wird, wenn er das hat. In Fateless Mac. Junge. Das macht überhaupt keinen Sinn, eigentlich. Ist ja doch einfach direkt. Wahrscheinlich ist er jetzt... Oh mein Gott, ich hab mal einen mit Granaten gekriegt. Ich höre Roboter. Der ist halt gerade direkt im Feld. Ich bin mit meinem Fimmel. Hab ihn welchen Läser. Ich hab Roboter. Junge, ist der Roboter auffällig. Miguel. Ich hab grad meinen Kill, den ich mit Granaten gemacht hab. Jetzt geh mal weg. Er feiert sich gerade. Alter. Ja, wenn er mehr... Ja, du willst, genau. Du hast einen Stumpf, aber... Ja, okay. Geh mal weg, jetzt scheiß Roboter. Jetzt kannst du mal aufhören, mir alles wegzubauen, dass ich vielleicht noch um... Alter, verdammt, ehrlich. Tut meine ganze Farnung weg. Ja, komm, sei leise. Ja, okay, komm. Komm, hier. Ich geb dir mein ganzes Holz. Hier, 999. Nein, ich will nicht das Holz. Ich wollte eigentlich nur irgendeine Stelle, wo ich mich hielen kann, ohne dass ich dann auf der freien Fläche rum... ...hele. Und du baust alles auf, dass ich schön auf der Tür bleiben kann. Ja, ey, könnt ihr bitte da raus. Ja, ich fahre nur mit. Ja, ich fahre nur mit. Ja, okay, stimmt auch schon wieder, weil ich dachte, ich habe nur 995 Holz. Ich habe nur blaue Waffen, ihr. Ich habe nur graue Waffen, also eine graue Waffe. Kann ich auch danach mitfahren? Alles okay, geh mal weg, du hast doch schon mit ihm. Geh raus, alles, du. Geh raus, alles, du. Alles, du geh raus. Das Hauptkonto rein. Nein, er muss ja mitfahren. Das, was er mal wieder kommt, wird. Geh mit Risse, tauschen. Wieso haut der jetzt ab? Wir hauen nicht ab, wir schauen. Na, man. So. Ich habe halt einfach schon 999 Holz. Ich habe schon 999 Holz und 200 Steine. Die Waffe will ich vielleicht. Ja. Ja. Ne, mir halten wir gerade das ganze Stein weg. Junge. Okay, reicht mir. Kann jemand Minis benutzen? Ja, ja. Hier sind Minis. Alle hier im Minis. Alter. Ich wollte, ich habe ja gar nicht, ey, alle ist hier, du bist schon so dumm. Ich habe gar nicht markiert, dass ich die Waffe will. Ich habe markiert, dass ich die Waffe will, sonst hätte ich es nicht markiert. David kann ich euch. Doch, habe ich. Ja, ich schieb dann. Ja, ich schieb dann. Malé, komm, hier für dich Minis. Ja. Hier. Hier. Ich komm. Alle. Alle, alle hier für dich Minis. Ähm. Jetzt hat jeder viel Leben, oder? Wohin? Warte. Ist das eine... Ich soll eine Waffe. Oder eine Siegel. Oder nicht. Deine Siegel. Wenn man im richtigen Moment hat den Boost einsetzt, dann kommt man schon richtig weit. Von der Gegner? Ja, warte. Ja, ja, ja. Hopp, alle. Hopp, alle. Easy. Hopp, hopp. Ich fahre. Okay, der hat ein paar Hits. Ach, der ist von down. Aber du schlägst nach Arbeit, oh, deswegen helb ich dich nicht. Oh, der ist von... Oh, der ist so wenig AP. Der ist so wenig AP. Oh, Matt, noch ein Matt. David, kannst du? Ja. Kurz bauen wir ihn. Danke dafür. Aus mir. A.K. Boris. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Egal, mach einfach weiter, mach einfach weiter. Oh mein Gott, hier sind da zwei Max, ich hiel dich einfach. Mach mich aufbauen. Ich hab mich aufbauen. Kampferflint, das war meine. Bau zu, bau zu, bau zu. Bau zu, bau zu, bau zu. Ich hab ja genug Metz, also. Was soll der Geiz? Ich hab mir jetzt versucht, unsere Taten zu holen. Ja, irgendeine meine oder sowas, keine Ahnung. 25 Sekunden, ja. Miguel, versuch wenigstens irgendeine, wenn du grad nichts machst. Ja, meine. Okay. Ich bin grad im Bauch, der Fall, wenn du kannst, geht runter. Hab ihn. Ja, nein, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ich bin so dumm, es hat nicht gebaut. Kannst du mich hielen? Kannst du mich hielen? Kannst du mich hielen? Danke, ich meine. Er haut ab, er haut ab, er haut ab, er haut ab. Ist doch gut. Ist doch gut. Hab dennis für dich? Ich hoffe, diese Runde ist unsere Runde. Ich hoffe, diese Runde. Jo! Jo, das weiß ich mal, wie der kommt jetzt. k in der Karte schädigt keine Ahnung auf jeden Fall habe ich schon 4 Kills hat mich angestrengt das geschätzt Ich tue ich auch grad nie. Spaß. Hallo, hast du nichts? Alter, ich hab der Stamm bekommen. Ich zeig euch mein Depp-Stand. Ich zeig euch mal Depp-Stand. Hab ich und das hab ich noch mit. Hey, ich kann hier nie. Hey, was you doing? Äh, lauter Level. Battle Pass. So, und dann nix, äh, noch, äh, noch, äh, viereinhalb. Vier und halb Level, viereinhalb, und dann habe ich, äh, Drift mit 20, Katalysst. Bei mir noch 5, hä? Warum bei dir viereinhalb? Na, ich glaube 25, also ich hab, also mir fehlt nur noch Hälfte von 25, dann habe ich 26. Also viereinhalb. Wenn ich guck, wenn ich jetzt noch bloß 4 Level mach, dann habe ich 29,5 und dann fehlt halt noch Hälfte. Also ein halbes Level fehlt noch 4 Level und ein halbes. Ja, Laura, bitte, ach, ich könnte ja ganz niemanden haben. Ich hab so viel, ich hab so viel, ich hab so viel, ich hab so viel, ich hab so viel. Dann bin ich Level, dann bin ich Level 30, dann bin ich Level 30. Hauptkonto mach mal Deppstand. Warum kommt kein Essensschlaf rein? Weil Essensschlaf komplett geistig behindert ist. Mal anpassen. Mal anpassen. Mal anpassen. Mal anpassen. Mal anpassen. Ah ja, Roboter. Hey, nee. Hey, gehen wir jetzt Roboter oder was? Nee. Ich geh Dabstie. Ich geh. Ich komm mit. Und rein, ne? Wir werden sie auf jeden Fall los, geil. Ohne Spaß, ich hab bestimmt schon 6, 7 Wasser essen gegessen. Naja, ich wollte gerade sagen, niemand geht Roboter. ja wir gehen also vierte dass ich denke ich mir auch kein aber kopf hoch leute nein das ist doch gut so viel zu schaffen ist einer bekommt keine waffe er ist tot er ist gut er auf jeden fall du bist nicht mal gelandet er hat das in seiner nähe einer ist du hast du gefliegt hast du ihn? ja hab zwei gut ich hab den einen da schon gefinisht zwei kels ich hab einen zwei kels das ist halt meine stadt alles hier weiß dass ich früher mal hier gelandet bin ja du weißt auch was du jetzt ist endlich mal ganz fortleid alter wie das aussieht äh meine lieblingsstadt ist auch das es ist keine verdammte stadt ja stimmt es sind drei haare ja ein ort halt in der stelle das gehört mehr doch 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 das ist eine stadt weil der name ist hier in der mitte von die zwei sachen hier ist auch noch so ungefähr weil sonst aber schaden während ich mich hier egal von wo? ja keine ahnung ich push ich push was denkst du was ich mache ähm geht selbst was da hinten der boi hat 3,3,4 ey da können wir nicht leben ich hab ihn auch noch nicht gegeben ey michel hä hab ihn oh 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 der ist schon gefnischt worden oh frick ja genau was hat denn er für ein aim dort alter krank ist er hat keinen aim der sprang danku nur else2 ich musste nachladen nicht mehr als er hat headshot kassiert komm hol ihn dieser rothmeister hat headshot kassiert wenn du es schaffst mich oder ins wir sind es wäre richtig das wäre es ehrenvoll ab 2 hallo ja warte jungen als den karten Hey guys, wir holen gleich deine Karte. Yo, der Typ! Bruder! Fast von diesem Typen auch. Er ist so Auto-Aim. Aim-Bot, meine ich. Alles, ich komm zu dir. Ja, alles so gut. Gut gemacht. Ich hol mal die Karte. Kann ich deine Sniper haben? Da ist schon eine. Hier, in dir. Du hast doch schon eine. Aber der Typ ja auch noch hat den Sniper. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Digga, warum bin ich immer genockt? Der ist hinterm Baum. Der ist hinterm Baum. Du musst unten raus. Seine Mutterverrückter Krebs. Guter Junge. Kann einer die Sniper mitnehmen? Oder eine Pump oder was auch immer? Für mich? Für mich? Ich nehme Sniper. Die Muni kriegt schon auch. Ich nehme AK für dich mit. Ja, okay. Und für den? Wie heißt der? Vielleicht weiter? Marley bekommt... Ich habe keinen Platz mehr. Marley, ich renne dann für dich extra nochmal. Nimm statt Bandits. Ja, genau. Hattende Kastner, er hat ne blaue Pons. War das zu einer? Ja, Paul, der Finger hat mir ein Audio geschickt. Warte, hier, Starwitz-Loop. Ja, Mali bekommt halt AK. Ja, guckt direkt auf uns gesniped. Ja, wir haben uns schon erwartet. Von wo überhaupt? Von wo überhaupt? Man kann hier nicht bauen. Jo! Kann ich da auch noch oder nicht? Oh Mann, der Jadak sagt, Lutscher soll's machen. Wo ist der? Ach, da hinterm Baum. Ich habe keine Snipermonie. Hat einer von euch Snipermonie? Oh ja, hier. Hier. Nö. Brauchst du noch? Äh, ich habe drei Schuss von alles überguckt. Okay. Warte, ich habe einen Trick. Ja. Jetzt. Irgendwann sterben. Ich habe fünf Kills, Alter. Jo. Ich seh' ihn. Hat fuck's den Hit. Der ist los, sonst würde er nicht einfach... Ah, okay, das ist doch nicht er. Das sind doch mehrere. Lass's verpissen, oder? Oder sollen wir fighten? Äh, wie kannst du... Wie willst du abhauen? Wie willst du abhauen? Ich willst die ganze Zeit. Wie willst du abhauen? Wie willst du abhauen? Ich brauch' Metz, Junge, ich hab' gar keine Metz.. Ja, das machst du mal. Ich geh' ja nicht mal hin. ich habe einen hit von der zähne ich versuche mich gerade die ganze zeit zu snipen weil ich gerade so raus und die haben mich gesniped also ja wahrscheinlich von oben auch noch pass auf da kommt noch einer da ist noch einer oben ich komme einfach ohne pump der ist hier unten das abgehauen der ist da oben oh shit ja ja ich hab keine Metz mehr das sind 3 Leute die drauf stellen schwarzer Ritter und die Karte ich hatte 6 Key fuck so eine gute Runde halt ist jetzt halt immer noch am Bus ja am besten wartet er jetzt ganz lange und holt dann die Karten weil er schafft es nicht gegen die ja ganz lange kann er jetzt nicht warten ja halt die warten bis die weggelaufen sind gelütet haben dann Alessa das ist ein schwarzer Ritter nicht schleifen nicht schleifen wenn du verfehlt dann weißt du wo du bist ist halt so ne 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 sie laufen grad weiter versteck dich versteck dich jetzt hol die Karten wir sind weggelaufen müssen keine mehr lauf halt vorne rum ja dann müssen wir direkt in die Zone ja schon klar obwohl ne wir müssen an ah das sind alles meine Waffen das sind alles meine Waffen nimm für jeden ne Waffe mit nimm für jeden ne Pump mit nimm für jeden ne Pump mit nimm für jeden ne Pump mit Alter ey du kannst die Taktik haben keine Ahnung ja trotzdem wollte ich die blaue Pump anstatt zum Sturmgewehr ob er es bei dem Weg schafft also du musst hier her mhm ja bei den Ludlänke da ist schwarzer Ritter nicht schießen nicht schießen lauf einfach in die Zone lauf einfach und spring wir haben halt auch gefightet muss man auch sagen ja ganze Squad getötet und einer überlebt immer noch ist das so wenn es einer noch fehlt ey wenn es vor allen alle es jetzt schafft uns wieder zu benehmen dann sind alle wieder da und dann haben alle Waffen ja lauf außen herum lauf nicht direkt lauf außen nicht in die Mitte nicht in die Mitte lauf außen ja da lang okay das Wasser immer wieder komplett egal schaffst du das ist einfach so hoch nicht aus spring 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 doch einfach geh nicht da rein geh nicht da rein geh nicht da rein geh nicht da rein bitte nicht geh nicht da rein geh nicht da rein das kommt jetzt unnötig die hätten dich nur noch gesehen geh zum Auto einfach das ist doch grad da ja versuch unauffällig hinzulaufen spring nicht oder was weiß ich mach nicht da meine Blaupunk ne meine Blaupunk danke heal einfach deine Blaupunk die hat und die hat oh oh geh nicht hin geh nicht hin geh nicht hin so viele genau ja das war's ja mal wieder komplett egal ach der Platz wie viel's kill äh 300 ey so wenig obwohl jungen so wenig obwohl ich 6 kills hab ich hab 700 ich hab 300 bekommen ne 700 ist irgendwas mit 6 kills sollte man eigentlich mehr bekommen denk ich oder glaub ich auch allgemein ob fünf kills sollte man das doppelte bekommen tauschen ne ms 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 wenn wir kreativ irgendwas machen oder so was doch können wir machen wenn ihr wollt ne ich will nicht kreativ der schrubmann führer weil du ja schon klar sonst würde ich kreativ wir haben noch 61 tage ich gehe 14 tage 15 zu spanien muss man auch noch rechnen oder ich gehe auch nach spanien aber ich gehe nach ägypten jetzt kommt er mit ägypten Spanien in Spanien und Ägypten sogar fast den gleichen Tag auf Ehre ich freue mich schon voll auf England weil da gibt es voll eine geile Trampolinhalle meinst du erhoppt nein es ist auch so ne die geht über drei Lagerhallen das ist eher so ne kleinere aber die ist trotzdem voll geil ja bist du Engländer der ist Amerikaner australier ist er hätte gerichtliche Nazis Tja what the fuck 190er Handy das reicht immer noch nicht in One Pump wir können auch Arena spielen aber wir wollen wir nicht wieder das wollen wir wieder das da vergisst es einfach ey nächstes mal push ich einfach mit Sniper wenn ich die sehe dann gebe ich die einfach ja dafür brauchst du erst mal ein und danach können wir über die sache reden aber ohne eine AIM klappt nicht ja ich gehe noch zum Junction Habibi das sind noch viele Leute aber schau mal wie viele Leute Antimate 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 es ist kein Antimate weißt was ein Antimate ist Antimate Alessi du hast jetzt nicht einfach die Sniper genommen und komm her nö ich stopp dich und um 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 es gibt es ist da kommt sich an gebrauchen ich hab's aufpacks aber gleich hast du rocket nein könnte gerne versuchen wo was ist gott easy habibi nicht so easy wala danke wala billa ihr seid alle lost warum hab ich einen boss-loss drin kann es sein dass es der lostste äh elika agent der welt alter ich werde 10 AP dir zu 10 AP dir zu 10 AP auf Uo er hat mich gesniped habe ich den Redner Trader genockt? nee ich dachte Arme Redner die weißt du wieviel der Sticker ich habe vorzeit packt keine Ahnung über 300 eine Million über 300 perverse und über 500 normale alles klar wieso habe ich mich die ganze Zeit doppelt weil der letzte ist ein Hette dummes du wie ich bin Level 26 wir fehlen noch 4 Level ich bin 1.600 XC so seid ihr schon so weit wir sind einfach nur gut ich hab mir das größere Paket gekauft wo man 25 Stufen bekommt ja 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 er hat sich bis 50 Stufen gekauft er hat gar keinen festgemacht erst mal Geld verschwenden Geld würdest du sowieso schaffen ich bin sehr gut du hast schon beim Determoll ich mein man hat ja nur 61 Tage der Halschuh wenn der Halschuh wenn der Kopp die Halschuh wenn der Kopp hat schon beim Determoll ich bin bereit und lief ich alles schon beim Determoll ich bin bereit und lief ich wenn man mich klingt ich bin aber heilig die heilige heilige Elisabeth wo gehen wir jetzt hin? Elisabeth die Erste Elisabeth die Zehnte nein ich bin aber Fettbeard der Erste du bist Fettbeard der Erste du bist Dummheit auf zwei Beinen der Dritte du bist der homosexuelle Fettzack der Twanzigste alles ist einfach alles dann hole ich jede Frau und zue sie an ja mit der Hermannometer mein Vater lässt den Turm bei mein Schwester ihr Geburtstag wieso? er hat gesagt wie das Wasser in die MZ-Panne plötzlich kommt da so ein riesiger Kondom raus ich denk mir so wow Fettbeard ich darf mir halt so eine Menschenfresserpflanze wirklich so geben wir das die? ne ein bisschen I'm a bad guy dope du 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 kestreamen wir noch also nur so dass wir es wisst ja alles wir wissen dass du hässlich singen kannst da ist der danke dass du die kiste für mich aufmacht ich hab mir nie ich hab mir Geld was ist passiert Alessio gibt die Snipermonie gibt Snipermonie könnt ihr mal meine Karte holen anstatt Snipermonie zu betteln Bruder äh gibt mir keine Snipermonie ja Bruder wenn wir jetzt sterben dann hab ich auch kein Bock wenn ich einfach direkt sterbe äh ich hab mich eigentlich nicht normal zu spielen weil ich einfach direkt sterben werde ich nicht mehr 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 ja ich bin scheiße und ich bleib scheiße ja alles so gib mir jetzt einfach mal ne Junge könnt ihr meine Karte holen ich kann nix machen ich kann nix machen Alessio ich hab mir keinen Bock auf Wart zu spielen ja lass es jetzt hören ich bin ganz ehrlich Alessio ist so ein Hund ich hab die Sniper bekommen er gibt mir keine Snipermonie er gönnt sich ein Ding er gönnt sich ein Slurper weil ich besser bin als er ist halt schon traurig ja ok dann lass wir 1001 creative mach mal creative vielleicht weiter vielleicht nicht 1001 aber einfach creative ja einfach creative ja einfach creative wie geil ist das ok für dich für dich aber eigentlich hab ich ja nein gesagt aber 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 ne der trat ja gut jetzt lief der halt alter ja wir haben die ganze Zeit das gespielt was er wollte ja es lief der einfach ja 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 Miguel ja hab ich jetzt auch keinen Bock dann kann er halt ruhig liegen schies ja der ist noch drin ja der ist noch drin ah ne doch nicht ne ne er ist kurz davor noch geliebt alles joh ja ja joh ja 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 Endlich mal spielen! 5, 4, 3 und danach ein Schlipser rein! Sobald du 3 kills hast, willst du Loa! Hey Junge, was hast du vorbis? Hm? Was hast du vorbis alles? Warte! Wieso bist du grad eben gelieft? Hab was getestet und musste was gucken! Kucken! Kucken! Kaufen oder Kucken! Kucken! Ah ja, dieses... Kockschel und so! Nja, das brauchst du auch noch mehr hier! Hast du auch... Okay... Ah doch, hier ist die Kammerchotty! No Scope! No Scope! Sieger! Da war kein No Scope, du hast mich angiviert also... Digga, guck doch Stream Junge! Ganz ehrlich, wenn du mir nicht glaubst, guck Stream! Nja, es gibt keinen Knopf, du hast mich angeln! Nja, sieger! Nja, sieger! Tja! 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 weiter bei der klären nun haben sie sich erklärt auskopf ja vielleicht hast du in der ob andere ob ich außer mit gröppler umzunehmen ja gröppler ist mein hobby hauptkontrolle ist mein hobby nicht bei euch drin ja wo bist du dann woanders ich will ja nicht fighten auf einer anderen map meine eigene ich baue ein bisschen wollen wir die ähm mit dem weiterbauen ne 2 2 double headshot kann ich dich töten oder sowas ja du kannst mich töten ne weil ich grad deinen namen die ok 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 jungen du stehst einfach nur so da ja 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 ok 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 nur gleich weiter die mann im Konzept verloren und die noch mal so hast du getanzt nein so so ist es sonst ja wahrscheinlich kann es nicht ja auch junge hört mal auf mit den Wochen zu spielen ist einfach nur komplett dumm von euch was ist daran dumm dass wir das auch fallen er noch nicht jetzt ja ich würde ja auch sagen wir haben damit Ja, ich geh aber weiter. Ich hab auch einen Star, wenn du mich halt direkt da bist. Oh Mann. Nein, Digga, das nervt so. Ja, ich... Ja, wenn ich... Ja, dann... Lef ist weg. Ja, schau, jetzt lef ich zu mir, dann weg. Nein! Ciao, meine Lieblingswaffe. Alles klar, alles klar. Ähm... Schleifern die Treppe! Hä? Ja, okay. Okay, ich darf gerade so. Warte, nicht hier, wenn du mit Geld schnaufst. Schleifern, komm mal. Hier, hallo. Hier, unten. Oder soll ich dich abschließen? Ja, nicht! Hier unten. Hallo, da unten. Komm mal runter. Ja. Ja. Nein. Einmal. Weil du ja mit Spam-Waffen spielst. Komm her. Komm her. Drei, zwei, eins. Ist halt voll assi. Ich baue mich mit 90s zurück. Du kommst dann mit Grappler und... Oh fric, ich bin schon 90s verpackt. Hä? WHAT THE FUCK? Okay? Es war ein Quickscall. Es kommt der mit in den Quickscall. Okay? Du wolltest das. Ah, ich bin hier. wolltest du mich grad abschießen ja er gründlich was sollten die zählen alter sie kein killduell ja ich geh schon essen äh ding hauptkonto können wir in deine map rein mhm ne ahja also ihr könnt aber bringt euch halt nicht was warst du? schießt mal ff1 strecken bauen kann ich helfen? ja können wir ja bin schon fertig was hast du mir grad für ein Head gegeben? diegel haja ich stehe so offen da da kann ich helfen da kann ich helfen ich sehe dich da raus ich geh zu Miguel auf die Map ok ich komm auf komm auf ja diesmal ist nicht gelämmt äh was david mhm 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 west mhm joh o mhm i Der, du hast 91.000 Ding verbaut. Ding verbaut? Ja, der hat Ding verbaut. Da bin ich ganz keiner Meinung. Hey, ich hab meine Dinge auch verbaut. Kann ich mal höher fliegen? Danke sehr. Ich wollte nur auf die Insel. Hi. Kann ich nicht schlafen? Knie dich hin, vor mich. Dreh dich um. Oh, jetzt wird's heftig. Jetzt wird vergewaltigt. Ich wusste, dass das zwischen euch das ist. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Mann, ich bin nicht die Monster. Ja. Ja. Let's go. Wie geht der Kommission? Mh, macht's. Mh, macht's. Wo bist du? Wir sind ganz oben. Auf dem Dach von der Insel. Von der Insel. Mali hat das gesagt. Wo bist du nicht? Ich bin nicht ich. Ach so. Ach so. Bruder, Digga, ich bin auch so. Tschüss. Ich geh jetzt dir fremd. Ich geh dir jetzt fremd. Deutsch. Ich geh dir jetzt fremd, okay? Ich geh dir jetzt fremd, okay? Nein. Sag mal stehen. Sag mal stehen. Sag mal stehen. Digga! Digga! Nein! Ich geh fremd. Nein, nicht gefremd. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ha! Alles klar ist einfach runter der Map. Ah nein, jetzt ist er da wieder. Hauptgott. Oh. Komm mal her. Da ist hin. Ha! Ich geh. Ha! Ich geh. So klein. Ähm. Geht es jetzt, dass man so machen kann, dass man nur fliegen kann? Weil ich will irgendwie einfach nur rumfliegen. Keine Ahnung, die Map der Konten. Und ich will einfach nur fremd gehen. Ich will einfach nur fremd gehen. Ich will einfach nur fremd gehen. Netz. Oder gib uns mal Metz. Gib uns mal Rechte. Wir machen nichts kaputt. Wir machen nichts kaputt. Allein Wien geht. Das ist doch von Mäuschen. Das ist doch von Mäuschen. 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 Guck. Wir drehen hier einen Film. Wir drehen hier einen Film. Wir drehen hier einen Film. Mit Würfel, OG, Mäuschen... Äh, wir haben ein paar Team. Ja, und hier gibt es ein WC, komm. Ach da drin, ne? Ja. Ich geh mit dem WC fremd. Hauptkonzo, gib mal Rechte. Mh, ne. Vertraust uns nicht. Richtiger All, Mann. Doch schon, aber ich baue halt grad. Und was wollt ihr bitte schon machen mit Rechte? Ja, ich will... Rumpfliegen. Rumpfliegen. Ja, dann stört aber, dass ihr nichts baut. Gar nichts. Auch nicht satt aber. Naja, ich baue. Wir löschen nichts, keine Ahnung, wir machen nichts dazu. Wala Böller nicht zerstört nichts. Wala Böller nicht zerstört nichts. Und bau nichts. Ja, man kann auch in der Luft irgendwie Ding tanzen. Dann mach ich Pornier in der Luft und komm angeflogen. Gehen. Ey, bin ich hier jetzt grad erst auf... Nein, ich bin nicht gefangen. Puh. Ich dachte grad. Ja, und ich komm nicht über die Mauer rüber. Wenn du da drin bist, bist du gefangen, weil ich baue gerade alles zu. Oh, Frick. Oh, Frick. Oh, Frick. Ich bin gefangen. Bruder, ich komm hier nicht mehr raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Reif. Ähm, ich kann... Das war's immer wieder komplett. Ja, komm, let's go durch die Wand. Durchs. 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 Nicht bezwingen uns. Ne, ich geh, ich geh mit der Wand fremd. Ja, komm. Du gehst mit derselben Wand fremd, wo ich... Oh, richtige Alf. Oh. Oh. Oha. 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 Ich bin nicht gefangen. Oh, nein, wie geil, man. Oha, bitte nicht, ich muss da raus. mand檀�ふ. Ja, danke sehr. Digga, kann ich recht sehen? Ich muss rüberfliegen. Wer schaut grad meinen Stream? Vaartad. Ich nicht. Hey, warte, äh, wie heißt du auf YouTube? Ehm, Eh... Also alles groß, David. Mit W... Safe, Alessie. zugucken was wir machen david und dann dahinter groß alles groß hd bester name eine lücke ja ja okay was mein profilbild hast du schwarzer ritter schwarzer ritter ja ich seh's ich hab dich grad abonniert schau stream und guck mit wem ich fremdgehe ja moin aber selbst schmeckt aber selbst schlechtes aus dem mann die ganze fresse das ist nicht besser ich kann fliegen für feier flach weiter alles ganz offen die hat den fluggeschwindigkeit 3 wie könnt ihr immer tanzen wie findet ihr die map also die randstrecke voll nice nur man muss sie halt austesten ja okay warte ich baue hier das ziel oh du guck ja okay warte ich baue hier dann komm ball du kannst du haben davon dass die werfen aber mache ich nicht und von riskier ich weiß ich hab' ich hab' gekomm' ball alter ähm oh oh okay ich war grad einfach um kube ich hab' mich gefehlt drei mal so schlimm ich hör' mich zehn mal ich hör' mich einmal auf dem stream einmal hör' mich einfach so doppelt und dann ja und dann ja und dann ja dann haben wir das genau ich hör' mich gar nicht ja äh ich bin der baum ich kann kein waffel sein n n hat schon mal einer von euch haben es ließen und wenn wir sehen macht bitte nicht nein wir fliegen nur mit autos rum alles klar ich hab' ich hab' baum nein jetzt bin ich aber ein richtiger soll hier mit golfwagen gezockt werden guck ich bin ein weihnachtsbaum warte gleich wird schnitt ökker schneitest ökker schneitest ökker schneitest oh bei mir wurde geblinkt nein es war bei mir hauptkonto das war bei mir hauptkonto das war bei mir ich hab' nicht gesagt dass bei mir geklingelt wurde das war male ich hab' nicht gesagt so kommt jetzt mal alle hierher ja ich komme jetzt kommt mal geht mal von da weg und hört auf sachen zu platzieren wir platzieren nichts wir sind sachen jetzt kommt mal hierher ja ich bin da ja hier ist anfangen ok marley und der letzte kommt her aber so kommt sollen wir Waffen weglegen ja ja ich hab' so'n fucking bug ja ja ich hab' so'n fucking dürften ja schon fahren let's go nein nein aber ich werde ins streamen währenddessen sehen ja damit du mich überholen kannst ne guck' mein zwölfen an ja ich schau zu ach ey jetzt hab' ich ey warte ich komm mal komm mal komm mal ich hab' mir leckt rum ich potze ach ey jetzt hab' ich ey komm mal ich hab' mir leckt rum ich potze na nisch na nisch na nisch na nisch so jetzt pack'n mal 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 ich hab' mir 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 okay 3 2 1 los wie driftet man nochmal achso oh mann alter wahrscheinlich wie gelb mann ich war einfach mit egal da war ich auch sagen so wir müssen kurz nachher mal alles hermann n so richtig gegenwand mich let's go no 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 Junge ha man muss immer jeeten wenn es wichtig man muss immer jeeten er hat mich durchgeholt weil ich so lost bin du hofft mich fällt so hoch wow er macht turbo trifft bis Jahrhundert hat no 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 ja er hat verkauft ja es geht nicht weiter gerne alle ihr tut einfach anhalten Junge alles was machst du du hast das Kind Gewinner Junge ganz ehrlich hast du dir gemacht alle Autos weg warte ich überhol' noch alles während der Rennbahn irgendwas hinkletziert also ich hab' alles überholt du hätt'n spawner ah äh das ist doch Rennbe nein warte ich schau' euch kurz zu wie ich seh' nicht david 3 2 1 magic und wie findet ihr die Renn- ähm 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 david bleibt mal kurz stehen bewegungs ich zieh' euch schmuck ich tue Schubflächen noch einer während der Bahn hin platzieren was machst du so kann ich es nicht löschen weil ich drin bin und ach das voll neu jetzt kann ich jetzt kann ich h h h h h h h h h ich hab' ne 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 mach doch da wo man springt mach doch da so Bounce-Petzel hin boah da wo man springt also da wo halt diese kleinen Rampen sind ne ne nicht mh Ich fliege jetzt kurzes Rennen durch. Deshalb ist es auch ein Rennen. Lass mal wieder so Trios Arena spielen. Trios Arena, wieso? Weil alles sehr geliebt ist. Warum ist er geliebt? Keine Ahnung. Hä, warum? Hä? Was für ein geliebt? Sah das so aus, oder was? Hey, komm, David. David, mag man haben, wenn. Was machst du eigentlich? Nein, falsch. David. Ich steck ein Brot. Ich sehe den bloß am blauen fliegenden Typen über mir. Okay, drei, zwei, eins, zwei. Ey, was für Frühstart. 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 Nennst du mal, das ist eine Hacker. Jo, wie schnell. Richtig, richtiger. Heil, Mann. Oh, Gott. Oh, David holt ihn fast ein. Alessio, Alessio. Wieso? Furchtig. Als Tor einfach so. Ja, ich bin so richtig. Ich hab so eine Idee. Alessio, komm mal, komm mal zu mir, Alessio. Lass die mal weiterfahren. Mach mehrere Runden. Alessio, komm zu dir. Alessio, komm mal, komm mal, Alessio. Hier, du siehst, mein Name. Verwandle dich als Auto, mach mit, Leute. Ja, Leute. Ja, ich hab schon einen Benz. Ja, ich hab schon einen Benz. Du, 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 du. Richtig, oh, schieß 300 km. Jürgen, wie stellst du? Oh, oh, der fliegt, Junge. Alter, ich fliegt. Ich bin auch so, ich bin außerhalb der Bordergefahr. Alessio, verdrückwärts. Soll ich jetzt alles zusammenrennen machen, oder? Ich bin auf der Startinsel. Das bin ich erst mal erzählen. Alessio, komm mal, Hauptding, wie heißt du? Flyfighter oder Hauptkonto oder wer auch immer, kommt mal raus. Wieso? Du bist doch auf der Startinsel. Nein, komm mal zum Zentrum. Mappel, speichererst die Welt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. What the fuck? What the dude? Wer schaut immer noch mein Stream? Flybaum. Komm mal raus, Mädels. Ja, ich bin nur bei Raum. Komm mal raus und lass uns zwei Teams machen. Ich und Flyfighter und Hauptkonto und Black Shadow Killer. Wanns Roboter? Ja, und ihr sucht euch aus, wo ihr reingeht. Wie ich und Ding gehen, dass die. Wir gehen, dass die. Ich und Ding. Wir dürfen dann nur Roboter steuern, ohne Waffen. Doch, mit Waffen. Ja. Wenn der Roboter explodiert, mit Waffen. Ja, ich gehe auch mit Waffen. Ja, okay, warte. Nein, ich gehe Polar. Ich gehe Polar. Ja, der Okobalex ist schon kein Team-Mate, also. So, Flyfighter. Ich und der lässt zu gehen, Polar. Wir sind schon. Flyfighter, dann lass halt Wüste, da ist mehr Loot. Weil wenn der Roboter explodiert, dürfen wir ja mit Waffen schießen. Komm, wir gehen Polar, alle. Wenn du es nicht schaffst, dann ist es egal, dann holst du dich halt ab. Dürfen wir, wenn wir beispielsweise hier sind, dürfen wir dann auch zu Shift-Gemalter looten. Ja, ja, ja. Wenn man weiterlebt, weiterlebt. Ja, ja. Alles zu? Wechseln mal Team. Also wechseln mal Team. Ich bin mega gut am Schießen. Ich bin mega gut am Schießen. Ich bin dann zählt und dann kannst du das holen, okay. Alles, wie du läufst, ich tue schießen. Und lass meine Tarnung drauf. Ich nehm normale Waffen. Ja, du musst mit dem Roboter. Aber ich nehm deine Tarnung, okay. Ja, falls du explodiert. Ja, dann holen wir mit Waffen. Wenn er explodiert, dürft ihr Waffen haben, ja. Äh, wir dürfen doch noch alles. Äh, ohne Ex. Okay, doch. Doch, aber ohne Minigang. Oh, oh, man darf Bubi-Nate, die anderen aus dem Roboter rausschmeißen. Oh, geht das? Ja, das geht. Ja. Wieso kann man nicht den Roboter tanzen lassen? Warte, Aless, noch looten. Ich hab epische Pannen. Habt ihr Team gewechselt? Äh, ne. Alessi, oder tut ihr bitte Team wechseln. Ja, das belastend ist. Och, Junge. Please, ihr. Gebt in Team 2. Ich hab mir gerade eben halt Schild gewöhnt. Und ich hab voll Schild. Ich hab voll Schild. Ja, okay, alles. Wir kommen, das lieben. Äh, Team wechseln. Team wechseln. Ja, wo gerade sein. Ja, okay, trotzdem Team wechseln. Alles, ich seh dich nicht mal, ich seh nicht mal dein Lebensanzeichen. Oben links bist du als geliebt bei mir. Ja, und? Also lasst du mir jetzt, dass ihr beide geliebt seid. Ja, bei mir auch. Team auswahl, Team 2. Das was ich. Ja, und beim Waffen verloren gehen, dann bin ich auch gefickt. Ja, das muss ich einfach lieber bringen, nicht so viel. Ich will mich auch wieder bei dir gegangen. Ja, ich will mich auch wieder. Ja, das ist ein paar Mal, das ist so, weil wir vom Creative im Spielwiese Reichen schon spielen. Oder wir brauchen, wenn wir das nicht mehr so zu explizieren. Alles, wir müssen mein Team, alles, wir können mein Team. Dann kommst du mit dem Roboter, David? Ja, letztlich alles zu schlägen. Und den Lama. Ich komme. Äh, ist halt nicht so, dass Lamas überall auf der Map sind. Okay, wir dürfen auch Loot-Clown, wir machen das alles so. Nein, ohne Loot-Clown. Ohne Loot. Nein, ohne Loot-Clown. Nein, ohne Loot-Clown. Nein, ohne Loot-Clown. Weil, alles ist so ein Mann. Wenn man mich nicht ärgert, dann glaube ich nichts. Wenn man mich ärgert, dann klopft. Hätiger, wenn wir dich killen, bastest du immer aus. Ja, dann nehme ich dir die Ehre mit Raketenwerfer. Mhm, weil du etwas triffst. Oh mein Gott, ich spreche da vorne mit dem Automatischen. Nimm dir dann andere Raketenwerfer an und kümmern. Ich habe Minigun. Ich habe Minigun. Ohne Minigun. Mit Raketen. Alle Waffen. Ja, okay. Dann auch mit OG-Waffen. Mit OG-Waffen. 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 Wir halten halt mit Walking Lounge. Können sich auch schön in die Flasche rein. Ja, Digga, du strengst dich nachher selber weg, ich schwöre. Ne, ich bin nicht so dumm wie du. Mhm. Jetzt beleidigt der. Warte, ich muss mal ins Feld mit Roboter rein. Ich habe keinen Bock, das sei es abzufahren. Ich bin nicht so dumm wie ich selbst in die Luft reinsteigen habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nicht einmal. Oh, oh, goldener Automat. Wirkt nur Automaten? Ja. Ja, Minigun. Ja, okay, dann gehe ich zur Töne-Tunnelung mit Skar und so, darf man ja. Ja, ja, darf man. Ich kann keine Minigun. Oh, mit Revolver. Letzt ja. Also darf man Minigun oder nicht? Ja, mit allem darf man Roboter machen. Aless, du kommst jetzt Roboter. Mit Aless, du kommst jetzt Roboter. Mit Aless, du komm jetzt. Wahrscheinlich kann ich die Minigun nicht, aber ich kann nicht. Nee. Darf man doch alleine einen Roboter benutzen? Ich hab die Combed Shotgun. Ich kann die Combed Shotgun kaufen, aber keine Minigun. Ja, Aless, du mach halt mich mit. Let's go Aless, yo. Aless, du komm, getillet. Ich will schießen, ich bin mega gut. Ich schieß. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer du bist. Ja, deine blaue Eier, ich hab doch schon eine Skar. Gleich wechseln wir alles. Boah, Bugs! Hä? Jumme! Bugs, boah! Ja, du musst aussteigen, damit du erst... Ja, du bist grad alleine im Roboter, oder? Nee, jetzt mit 2. 2. Okay, wa... Ah, Lama. Jumme, du Spark! Nur wenn Alessio einsteigt. Alessio, du Bagger. Immer Alessio. Nimm Heal mit. Jumme, Alessio! Wenn du drin bist, geht's nicht. Alessio, du raus! Alter, Alessio, du raus! Stress. Ich zeug der mich grad aufsteigen, wenn der Roboter... Also, darf man halt aufbauen und sowas, weiß er nicht. Alessio, du bist einfach mein Schütze. Also, du musst ja nicht, ähm... Ja, was ist halt dumm. Lass machen ohne einsteigen. Ohne, dass wir halt einsteigen in den Roboter und expedieren lassen. Ja, ohne. Ja. Ja, sonst würde ich so richtig einen auf einmal machen und da reingehen und expedieren. Alessio, ich bin dein Roboter, ich beschütz dich. Okay, Alessio, und du tust halt normal. Hast du ne Combat, äh, Dings? Wer hast du noch mal? Alessio, wir sind im gleichen Team, ich kann dich nicht mehr killen. Ich hab ne blaue AR und ne Combat, weil ich dich fucking weniger... Also, weil sie verdachte mir die ganze Zeit. Und ich bin in der Nähe und du... Ich kann dich nicht mehr killen, wir sind im fucking gleichen Team! Und dann... Ja, und wenn du den anderen Roboter zum Warten bringen... ...und dann ne Combat war der nicht... Combat Shotgun. Richtig geil! Wir dürfen die Roboter nicht platzen lassen. Platzen lassen. Platzen lassen. Soll ich ne Deagle mitnehmen anstatt ne... Anstatt Boogiebonden? Ne, 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 ne. Kannst du Slurp mit, äh, stacken? Kannst du Slurp mit, äh, stacken? Kannst du Slurp mit, äh, stacken? Kannst du hier, du bekommst meine Waffen? Ne, okay, doch nicht. Ey, warte, geh raus, geh raus. Ähm, geh raus, geh raus. Ja. Jetzt. Ich hab eh ein besseres Waffen. Geh mal... Geh mal... Warte, steck mal aus. Wo, wo sollen wir uns treffen? Salty? Geh du als erstes, Salty. Jetzt steck mal oben ein. Geh mal... Müssen wir treffen? Ne, in der Schreiterzone. In der Schreiterzone. Ne, ne. In der Schreiterzone. In der Schreiterzone. In der Schreiterzone. In der Schreiterzone. Müssen wir uns treffen? Äh, ich glaub das Bugs. Lass mal so machen. Jeder bekommt ein, falls wir noch welche sind. Okay, dann läufst du, hä? Ja. Fakt ist gleich auch, wenn ihr beide... Ja, ich glaub wegen Grate. Ja. Ja. Ja, eben bei mir auch. Also, zwei, das ist mir zwei Team. Einer aus dem Team darf Roboter und andere normale Waffen. Willst du Roboter oder soll ich Roboter? Du Roboter. Ja, aber hast du ne Combat? Ja. Ich hab Combat, du bin Roboter. Dann lass mich, äh, lass mich, äh, Combat spielen. Also du bist Roboter. Okay. Ich kenne dann grad all meine Waffe. Alles du, was hast du für Kamper? Ich hab ähm, Combat in Gold, dann hab ich noch... Ich bin ne Sturmgewehr. Willst du epische Kampfschnitte? Hast du noch ne Sniper? Ich hab noch ne Sniper. Nein. Egal. Das ist der blaue... Der blaue Ding. Äh, ohne AR... Keine AR, aber die Schockwaves kann ich gerne nehmen. Bruder, guck dir meinen Loot an. Ja, guck dir meinen Loot an. Uff. Okay, jetzt muss ich schauen, ob ich in der Roboter steigen kann. Du kannst reinsteigen, aber du musst halt immer zwischendurch wechseln. Einfach wieder schießen oder das Ding. Wer schießt bei euch? Halt, äh, wer ist denn Roboter? Ist denn Roboter? Das ist zwar alles so da... Hier meine Sachen. Ja, der Loot, der... Ich mein, der Loot ist äh, aus, oh, tschüss. Was jetzt, wie es versucht... Nimm, nimm Guginel. Nimm, 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 nimm. müssen gleich noch mal kann sich nicht bewegen es ist so ein Bugs wenn man auf dem Weg kommt, gell? so, jetzt geht's hin wo seid ihr? wir sind bei der Leiche bei diesem da war ich voll lass uns hier treffen darf man jetzt schon angreifen? ja, wenn ihr uns seht, ja David, soll dir was sagen, du bist anal genommen ja, wahrscheinlich von dir ah, hier ist ein Sniper oh, sicher, kann ich haben ja, nimm David, du bist am Arsch immer die schießen warte, alles auf die ich hab die hey, man darf nicht, hey eigentlich darf man mal bei euch Roboter und nicht du ich bin halt nur aus Reflex rein hier alles so gut da unten so los Herr Werbster ja, ist da wird was sind da unten da da alter keiner bei mir drin ist ist kein keiner kein antar das ist oh, Digga, gib meine Traps her hallo das ist Digga, das hat mich Traps nicht genommen oh, Junge ich brauche Hilfe alles du kannst eh nicht trappen ich hab keine Traps ich hab keine Traps ich hab keine Traps aber ich hab da drei die sind meine das war's ja mal wieder komplett ich hab da gesagt brauche Hilfe Alessio hier unten liegen doch deine Traps Alessio, geh raus Alessio hey ah, Miguel ach so, das war deiner ja, das war meiner ach so also, das ist nicht deine Sache denkst du, meiner ist explodiert? weil ich sehe keinen anderen äh, deiner ist explodiert, ja ich hab ihn doch zerstört ja echt? echt? ich hab einen anderen Roboter irgendwo ich hab einen Loot Digga, als ob ich ihn klaue, wenn wir dreimal sagen, dass wir ohne Loot klauen machen ist halt ja ich kann mal spielen, weil ich gar keinen Bevorruf was ist denn Unterschied? ich hab halt auch null Waffen hallo, ich darf meine Waffen nicht mehr jetzt hat er gar keine Waffen mehr aber da kann ich kurz rein oder danke, dass wir tun ich freue mich schon, wenn wir... du bist du du bist du du bist tot hä? ich sterb ich sterb nicht tot der läuft einfach durch meine Falle ja, ich hatte ja 150 okay äh, 100 äh, 200 Digga, ich hab 6 Jumpers, Junge, was ist das? Junge, wo ist meine Waffe? wir direkt killt ohne Waffe und dann nicht mal treffen alter, man darf sich mal nötigen ja, genau, jetzt kommt der Typ hey, das war richtig unnötig, jetzt wissen wir nicht, was wem gehört, weil wir direkt nebeneinander waren ich hatte nur eine Maschinenpiste ich hatte nur eine Maschinenpiste kann es sein, dass du ein Lost bist? mh, kann sein ja, Marley, du hattest 10 fein wahrscheinlich hattest du meine Waffe ich weiß nicht, 1000 AR heute äh, Miguel, das ist hier dein Biggie 3, 2, 1 3, 2, 1 1 äh äh Junge, was für Junge, wieso? du hast auf mich geschossen lass doch erst mal hey, du hast als erstes mich abgeschossen was warst du? er dödelt mich durch die Wand, alter jetzt kommt er mit Hacker ja, ist halt doch ungefähr, Marley bricht David im Team und ich hab Alessia ey, wo ist jetzt mein Loot, man, alter ja, kein Wunder, dass ich ihn nicht verliere wir könnten gleich Team tauschen ja, ich brauch gleich Noah wir können auch Team tauschen ja, ich brauch gleich du, alter mit irgendeinem Leben von euch ja ja oh, Miguel ich nouse Copa, let's you wo ist mein Team? ja, Leute, lasst Teams, alter ja, Junge, was für du bist meistens schon an Alessia, Junge, jetzt fass dich ab nein nein oh, unser Loot ist jetzt vermischt wieder schon kid, und dass ich meinen Loot hatte älte Oha ich shop, äh, Muni hin ich hatte ne Gold Scar ach, hier ist mein Loot ähm, nein, das war dein Sniper ja, wahrscheinlich glaub ich mir mein Loot, alter ja kann ich, äh, Pumpmonion zu haben ja ich hab ja grad in meinem ganzen Loot da ja jetzt start mein Loot ist der, wo hinten liegt oder ich brauch euch nur Sniper-Monique ihr geiert alle Sniper-Monique ich mach kein Bock mit so aber ich hab das geht runter dann klau ich euch jetzt alles wallah, ich schwör auf mein Opa ähm wenn ich mal echt Muni hey, Junge, Alessia, jetzt ich kick dich gleich, wenn du nicht aufhörst ernsthaft Alessia, gib mal mein Sturmgewehr Alessia, ernsthaft, jetzt hör auf wo ist mein Loot? Alessia, wo ist mein Sturmgewehr? noch mal keine Ahnung, da brauchst du nicht aggressiv werden wer ernsthaft ja, guck mal, Alter, alle Waffen alle Muni ey, der glaubt ihr nicht, Alter, komm, Alter mit so einem nie mehr im Haar, Alter ich heiße Noobs, Alter was? was für ein Noobs, Junge, wie oft wurdest du geholt? 24 Mal? ich heiße Maul ja, wenn er die Wahl sagt ich heiße Waffenflower hä? das ist meine ich hab meine normalen Waffen ich hab meine Skam, meine Pump äh, und meine Digi ich hab keine Munition mehr keine ja, was kann ich dafür ich lag da überall da liegt überall da liegt überall Muni ich hab 99 von allem aber ich hab keine Pump, ne echt 2 und 3 und 2 Alter, ich hab Te-Mates gefunden im normalen Game, Alter, wie heftig weg oh mein Gott, der tanzt von mir warte, ich mach von ihr weg alles clever sind jetzt einfach meine Sachen so viel weg mach Wurm ich spielst du und dreht mir bei, mein Wurm Wurm ah, hier ist ein Baum ich hab gedacht Flyfighter, ich geh dir fremd ich geh dir fremd nein doch guck doch guck 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 ähm ähm äh ah, du hattest mein wieso hattest du meine äh niemand hat den Mord gesehen von äh von der Frau, die ich hey Miguel, wieso hattest du mein äh mein Sturmgewehr weil ich sonst keine Waffen hatte ja Junge, jetzt ich hör mal der schnauskommt dich die ganze Zeit die ganze Zeit da hinten da hinten ist ein Minigang ja ok, dann nehm ich die Minigang von ja hier, dann nehm meine Waffen äh, hier kannst du Sturmgewehr-Money haben hier kannst du Rocket-Money haben ich weiß Junge, was? oh Junge ja schau, kriegst du kriegst du, Miguel ja er ist geliebt das macht keinen Bock wenn man die ganze Zeit stirbt gel Miguel, das macht keinen Bock wenn man die ganze Zeit stirbt ja, du bist ja eigentlich Season 1 oder 2 Spieler warum bist du denn nicht so gut? GUMMIGELD weil ich ganze Zeit keine guten Waffen haben weil ich ganze Zeit keine guten Waffen habe Junge, heb nicht meine Money auf ich hab meine Money-Money auf oh Digga, ich wollte das mal halten was, lass mal Trio-Arena Trio-Arena ja, jetzt will er richtig rein schwitzen ja Bruder, ganz ehrlich ja, Miguel, hör auf wenn ich keine Money mehr hatte ja, Miguel, jetzt hör auf Digga, er zieht so aus wie Alessio ja, aber es riecht halt auf es ist für mich der Scheiße ich fand, es ist mir schlussig ich fand es auch nicht lustig ich hab auch nicht gelacht das erste Mal, als ich mit ihm gespielt hat er hat mich die ganze Zeit getötet Tja, Garding du ja, wer ist dieser FS Julian? wahrscheinlich wieder so ein Nazi was? geh mal raus, Hauptkonto warum? äh, ich mein, äh, Flyfighter ich mein aus der Runde halt und kick mal diesen FS Julia soll ich nicht raus? geh aus der Runde raus äh, vielleicht, ich muss aufgehen, ok? ach Bruder, FS Julia, bist du gut? tschau tschüss 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 dann lass du ok dann, äh, wer... oder lass, oder lass alle einladen oder lass im Trio oder lass einfach äh warte, wen, wen könnten wir einladen? Kapitalbra hallo oh Bruder Junge David was? lass mal den wieder schmal nehmen geh raus geh raus steh mit meiner Freundin allein das ist angeblich deine Freundin ne? so lost so lost Hauptkonto, äh, ich lad dich gleich ein ich lad dich gleich ein warte, lass auf und wird sch November happens L Adales 31 so い Der hat's gesagt, er spielt allein mit seiner Freundin Äh heye heee hee ist es ihre Freundin? ja die sei FS Julia das ist einfach du es warum gibt es kein trios arena hat ich sage ich sage ihn kurz ich habe gesagt er soll dich einladen aber aber er will mit seiner freundin diese momente im leben wenn man keinen bock mehr auf so ein game hat doch ich hab noch bock jetzt hatte mir sprachnachricht geschickt richtiger babo erstmal gruppenkeile hallo 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 hauptkonto hauptkonto lass mal diesen back hast du schon den wind leiter dann lass mal diesen back machen welchen mach einfach bereit und dann wäre es hier beitreten nein nein machen machen ich mache nicht dann wenn wir im bus sind liefst du ich sterbe und dann gucke ich in dem typen bis zum ende an bisher bis irgendeiner gewinnt dann bekommst du den wind leiter und die ep für den win aber wenn ich liebe dann bekomme ich ja wir können sich jetzt zweimal machen für dich und für mich willst du es als erstes machen oder ich hallo hauptkonto das geht also wie meinst du willst du das als erstes willst du als erstes die nun leiter oder soll ich ja wer schon mal ist also wenn es nichts ausmacht ja dann mach bereit ja wie geht es was euch machen ich ich muss im bus liefen und du musst einfach irgendwie an folter mit sterben und einem gegner und nicht liefen sondern bis zum ende bis zum ende bis zum bis zum win halt wenn jemand gewinnt an zuschauen und wenn deine karte droppt wenn du stirbst dann heißt es dass du es dass der park funktioniert ok es dauert doch voll lang wenn ich ganze zeit warten muss bis jemand tot ist ich weiß kannst du ja in der zwischenzeit am handy hocken oder essen machen oder was wohl ja aber hallo hauptkonto ich muss jetzt im bus liefen und so nicht nicht sterben also lange nicht töten wenn wenn der karte droppt ich muss liefen und wenn der karte droppt dann heißt es wenn ich jetzt sterbe mit karte job ja dann musst du bis zum ende zuschauen nun wenn keine job kann ich lieben auch ja okay ich mach mal ja aber wie geht es bitteschön ach so denn dann ist es für epic games so als ob ich ein teammate von jemand anderes wäre weil meine karte gejobbt ist oder war ja 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 okay warte ich springe vom dach runter ist aber nicht zu hoch stirb einfach ja wie also ich springe wie soll man sterben alter noch 20 ap warum anstatt dass es jetzt direkt sterbe alter es weg ich will es doch war ich tun bis letzter fahren bin jetzt auf dem dach und springen wieder runter wenn es eine karte job dann geht ja jetzt keine karte und da oben da wo team mit sind steht es auch nicht das nirgendwo ja dann kommen wir raus ich versuche es nur und wenn es nicht geht dann wahrscheinlich haben dieses geflecht ja dann lass es gar nicht probieren die haben es 100 prozent gefixt direkt ja die ok dann wie bekommen wir am meisten ep warte mal kurz wir kommen wir am meisten ep wir kommen wir mal Mr. Cassie Light Hast du schon eine Herausforderung von diesem Nullpunkt? Nee Schließt Prestigemission Mir kann man bitteschön Bra, wir tragen ein Rolex-Organais Oh nein Wie viele Stufen könnte ich mir kaufen? Ich könnte mir die Tilted-Technik leisten Ja, ich könnte sie mir genau leisten Ich weiß ja nicht, ob sie so geil ist Wir können Arena Trio spielen Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 oh gotcha ich sage jetzt gruppenkeile ich sage jetzt gruppenkeile e mit 4 die 8 1 1 4 5 ja wer ist Was ist das? Das ist ein BASKET! Warum? Hast du das gekauft? Weil ich wollte! Nein! Genau! Die beste Waffe der Welt! Schwarzer Ritter! Geil! 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 krsch! Geil! 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 Okay. 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 Catten blau mit. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das war's. 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 Das war's.